Was ist eigentlich Open Access und warum soll das einen Preis kriegen? Open Access steht dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse offen zugänglich sind, nicht in teuren Fachzeitschriften oder noch teuren Fachbüchern, die sich nur wenige leisten können. Vorhaben, Projekte, Teams, Einrichtungen sollen jetzt einen Preis, einen Award dafür bekommen. Das heißt, der Enter Award in fünf Kategorien werden also Preise vergeben, dafür gibt es auch Preisgelder und eine gut besetzte Jury aus Open Access-Expertinnen und Experten beurteilt dann die Einreichung und wird dann auswählen, wer preiswürdig ist, weil er oder sie ein tolles Projekt hat. Also bewerbt euch für den Enter Award.